Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video, Part 2 meines Freizeitparks. Ja? Mal sehen, was wir heute so schaffen. Letzte Folge haben wir ja ganz viel geschafft. Die Achterbahn, das Riesenrad, den... Geil! Spielen, Sandkasten, Spielen, Spielen, Spielen. Achso, Leute, den Park müssen wir noch umbenennen. Sandkasten? Da parkt einfach mal Sandkasten. Geil! Jetzt merke ich ja Sandkasten. Warteinnahme, ey. Ich hab eben gecheckt, als das Mikrofon an ist. Ist das angeschlossen? Ja. Ist auch angeschlossen. Komm schon! Mach hinne! Mach hinne! Mach hinne! Mach hinne! Da... Ja. Ihr habt die Maus zusammen. Ich sag bis hierhin, stopp. Stopp. Da! Operation Mars! Ich heiße die Maus-Apiration Mars. Oh, pack mich so schön. So. Operation Mars. Sieht doch geil aus. Ich mach mal ein bisschen leiser. Aber da fehlt noch die Musik. Und ich hab leiser gemacht, damit man mich hört. Mir ist aufgefallen, dass man mich überhaupt nicht so hört. Lautsprecher. Mach über eine hierhin. Und dann rollen. Hierhin. So. Jetzt klicken wir da drauf, auf den Lautsprecher. Ach so. Hm. 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 Okay. Ja! Wauw, da er noch nicht so viel. Ich bin hier einfach nicht mehr. Naja, heute ist unsere Mission, den Park zu erweitern, klar. Ja, da ist noch kein Zutritt. Dann wird noch gebaut. Ich hab ne Idee. Das ist ja der normale Zehnbereich. Ich hab ne Idee. Wir machen verschiedene Zehnbereiche. Das ist jetzt ein... Das ist ja der kleine Zehnbereich. Das ist ja der kleine Zehnbereich. Wir machen doch Zehnbereiche. Das hier wird der Zehnbereich Mars. Ja? Zehnbereiche Mars. Weltraum-Eimer. Ne! Weltall! Weltall! Ja! Zehnbereiche Weltall! 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 Ich würde sagen, wir nehmen den Weg. Ich weiß nicht. Was ehrlich ist? Stahl! Das sieht doch geil aus. So richtig Weltraum-Style. Ich finde das sieht geil aus. Cool. Weltraum-Style. Also der Park ist schon groß. Ja, der ist eigentlich klein. Und hier diese Kurve. Machen wir in diesen Style. Ne? So. Cool. Cool. Waren wir hingekriegt. Mal schauen. So. Machen wir erstmal hier den Weg. Und dann gucken wir mal hier. Hä? Äh. Egal. Wirst du trinken wenigstens davon. Ja. Weltraum-Shake. Das geht doch. Dahin. Oh, direkt offen. Eine Raketen-Kantine. Hehe. Oh. Eine Raketen-Kantine. Hehe. Oh. Ja. Eine Raketen-Kantine. Schöne Kasse. Oh. Oh. Oha. Schnell Mechaniker. Ja. Ich hab gar nichts eingestellt. Ein Portion-Maß ist gescheitert. Ein Portion-Maß ist gescheitert. Wir müssen ja natürlich auch nicht angezogen sein für die Operation. Bei Wertsalen. Oh. Oh gut. Das sieht doch geil aus. Hm. Cool. Großes Weeing Draft 1! Ne. ich glaub heute machen wir nicht so viel ich dachte schon die gehen von da nach da aber es geht ja gar nicht fliegende untertasse machen wir hier noch mal sagte schon den namen untertassen also ehrlich operation kann weitergehen so ich hab's gelesen laserschlacht und guck mal die musik war schon hier immer noch dahin ich habe das mit dem fliegenden schild gemacht ja weil Dübelstrahl. Ehrlich? Dübelstrahl. Flickball. Diese Farben. Können wir auch gut machen. Ähm, erstmal sollen wir malen. So. Wie soll man die denn nennen? Auf zur Erde. Auf zur Erde. Schnell. So schnell wie ne Rakete. Auf zur Erde. Auf zur Erde. Bester Name. Jetzt mal ehrlich. Guck mal. Wow. Guck mal. Jetzt noch mal wie schnell. Ja, na 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 na. Na 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 na. Sorry. Und. Guck mal. 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 Ihr kennt die Spirale. Von Teufels Holz und Teufels Achterbahn. ich finde überhaupt den namen teufelsholz holzachter waren es geil jetzt sind zuerst mal über kopf diesen im welt so jetzt sind die wieder gerade ich weiß nicht wie wir die nennen sollen die achterbahn damit man nicht besser Das wird... Testblatt Weil... Hauptsportiale... ...dann passen nicht... ...nötig für dich... ...schaut nur die von Terren... Ah... ...dann 3 von Munker, meine Geschlechtigkeit... Äh... Drei... ...drei, zwei, eins... Das geht jetzt auch nicht... Da kann dort nicht platziert werden, das ist dann zu hoch. Da kann dort sein, das ist dann zu hoch. Das schafft es locker. Das schafft es locker. Und dann geht es auch schon zum Ende. So, mal gucken, wie die wird. Also wir haben gerade gesehen, dass sie durchkommt. Sonst wäre sie ja nicht durchgekommen. Okay. Ist so ein Ackerbock. Geil! So, jetzt fehlt aber noch die Badener Strecke. Na, da sind sie weg und nicht. Und dann noch, ja. Ach, sieht doch schon gut aus. Leuchten. Und dann, da sind sie weg. Was ist das? mhm das noch so und das so ja geil ja dann machen wir noch eine Anzahl dazu guck mal die Räder bewegen sich einfach geil so jetzt fehlt da noch was und zwar der Boden der kann ja nicht grün bleiben wisst ihr was der ganze Boden kann ja nicht grün bleiben jetzt müssen wir die nur noch eröffnen so und der neue Themenbereich ist fast fertig hiermit erkläre ich Moritz Weltkamp den Themenbereich für eröffnet für eröffnet ich wähle noch eine Sache ja das war es mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen ja daumen hoch und ein Abo da dann würde ich mich sehr befreundet wenn ihr noch mehr von euch wollen das war es mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen das legt einen Daumen hoch und ein Abo da um kein Video mehr zu verpassen dann würde mich auch sehr sehr freuen ja das würde mich sehr verfreuen tschüss mit me Tschüss!